Dies ist das zweite Video aus der Reihe über wissenschaftliches Arbeiten in Pro-Seminaren, Seminaren und Abschlussarbeiten. Und hier soll es um die Präsentation gehen. Das heißt, zwischen dem ersten Video, wo es ja um die Literaturrecherche ging, und jetzt der Präsentation, da muss irgendwie einiges in der Zwischenzeit passiert sein. Es muss also, diese Recherche muss zu etwas geführt haben, dann müssen wir irgendwie eine Argumentation geführt haben. Je nach Arbeit haben wir vielleicht auch was Empirisches gemacht. Also hier ist irgendwas zwischendurch passiert. Und wo wir gerade über Präsentationen dabei sprechen, in meinen Seminaren und Pro-Seminaren mache ich das so. Das ist jetzt speziell dafür so, aber man kann was daraus ziehen, auch allgemein. Ich mache Zwischenpräsentationen, also ich lasse Leute Zwischenpräsentationen machen. Das heißt, in diesen Zwischenpräsentationen erzählt ihr mir etwas darüber, wie der Stand eurer Arbeit ist. Was habt ihr gefunden, wie wollt ihr vorgehen, wie geht es weiter, wo gibt es Probleme, und dann können wir uns darüber unterhalten. Das ist jetzt in diesen Pro-Seminaren und Seminaren so. Das sollte man aber vielleicht ein bisschen verallgemeinern. Das heißt, auch wenn ihr eine Bachelor- oder Masterarbeit schreibt, würde ich euch empfehlen, in den Bereich zwischendurch, also in der natürlich Themenabsprache am Anfang, Literaturrecherche und sowas alles, aber zwischendurch, was macht man denn da? Dass man sich da regelmäßig mal trifft mit dem Betreuer und dass man es schafft, auf eine gewisse Art und Weise über seine Arbeit zu sprechen. Das heißt, man erzählt nicht die Ergebnisse, sondern man redet darüber, wie man vorankommt. Und das ist etwas, das man lernen muss. Es ist gar nicht so einfach, über seine Arbeit zu sprechen, anstatt die Ergebnisse der Arbeit zu präsentieren. Das ist ja ganz anders. Also im Prozess treten ja ganz andere Eigenschaften auf, als dass das Ergebnis hinterher hat. Also das kann man ja gar nicht so richtig vergleichen. Aber jetzt in diesem Video soll es nicht um diese Zwischenpräsentation gehen, sondern es geht um die Abschlusspräsentation in gewisser Art und Weise. Also wie präsentiere ich denn eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, die ich gemacht habe? Die Einschränkung von vorhin gilt natürlich weiterhin. Ich rede über Stil und Stil bedeutet, ich rede über meinen Stil oder beziehungsweise das, was ich gut und was ich schlecht finde. Das heißt, auch hier würde ich euch bitten, wenn ihr einen Betreuer habt für eure Bachelorarbeit, Masterarbeit oder für Seminarausarbeitung, bin nicht ich, fragt dann nochmal nach, wie der das genau hält oder diejenige. Das kann ja ganz anders sein und es gibt bestimmte Geflogenheiten in bestimmten Bereichen. Die größte Geflogenheit, die es eigentlich heutzutage so gibt und die ist so ein bisschen allumfassend, wird oft gar nicht mehr hinterfragt, ist, brauche ich eigentlich Folien zur Präsentation? Und ja, Präsentationsfolien, das ist so eine Sache, da gibt es also ganz, ganz große Unterschiede in der Meinung dazu und in den Anforderungen auch an eine Präsentation. Gucken wir uns mal diese beiden Folien hier an. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Vielleicht kennen die einige von euch. Die linke ist aus der Veranstaltung GNS. Die rechte kennt wahrscheinlich keiner von euch. Die ist aus meiner Präsentation, meiner Doktorarbeit. Und die sind ganz unterschiedlich. Typische Präsentationen, wie sie an der Uni sind, sind wie da auf der linken Seite. Ich nenne sie mal Vorlesungsfolien, typischer Stil von Vorlesungsfolien. Die dienen einer Referenz, denn es gibt heute häufig bei Vorlesungen keine geschriebenen Texte mehr Ausgang. Früher war das üblich. Früher hat der Professor ein Skript verteilt oder man musste sich das kaufen oder kopieren gehen. Heute wird das meistens durch die Vorlesungsfolien selbst ersetzt. Das heißt, alles, was irgendwie von Relevanz ist, das muss auch auf diesen Vorlesungsfolien auftauchen. Und deswegen sehen diese Folien so aus. Das ist eigentlich vollgeschrieben mit Text, mit ganzen Sätzen. Eigentlich ist das kein besonders guter Folienstil, wenn man auf eine Präsentation aussieht. Präsentationsfolien werden explizit für eine Präsentation erzeugt und begleiten nur das, was gesagt wird. Das ist also eine Unterstützung für das gesprochene Wort, nicht etwa ein Ersatz für ein geschriebenes Buch, was das auf der anderen Seite ist. Und das macht einen großen Unterschied im Stil des Ganzen. Die Folien, die ihr jetzt hier gerade seht die ganze Zeit, die sind Vorlesungsfolien, aber sie argumentieren eigentlich für Präsentationsfolien. Das heißt, für meine Seminare bin ich durchaus damit einverstanden, wenn ihr Folien in diesem Präsentationsstil macht. Das heißt, die Folien müssen nicht für sich selber stehen können. Jetzt kann man sich fragen, wie schon gesagt wird, gar nicht mehr hinterfragt, warum eigentlich überhaupt Folien? Manchmal kann man sich das fragen. Man guckt sich Folienvorträge an und denkt, oh Folien. Also wenn derjenige keine Folien gehabt hätte, dann wäre der Vortrag besser gewesen. Denn derjenige, der liest die ganze Zeit nur ab. Das ist ein riesiges Risiko, dass ich einfach die Folie so vorlese und dann einfach ablese, was da steht. Dann bräuchte man den ganzen Vortrag eigentlich gar nicht. Lesen können wir eigentlich auch alle selber. Wenn ich einen Folienvortrag habe, dann fällt es mir ein bisschen schwer, mich an das Publikum anzupassen. Denn die Folien, die sind ja schon da und die haben schon eine Reihenfolge und es ist das drauf, was halt drauf sein muss. Und ich kann dann schlecht, wenn ich feststelle, oh die Leute verstehen mich gar nicht so richtig oder die stellen irgendwelche Zwischenfragen. Dann kriege ich es schwer hin, von meiner eigenen Folie beziehungsweise von der Reihenfolge der Folien auch, mich zu lösen und flexibler zu werden. Und auch in Bezug auf Zeit und Inhalt sind Folien ein bisschen kritisch. Denn es ist mir ja irgendwie vorgegeben, ich habe mich eigentlich selber gewissermaßen in eine Zwangsjacke gesteckt. Naja, also besser keine Folien verwenden. Und Leute, die gut reden können, die brauchen auch keine Folien. Ihr seht das, wenn ihr mal guckt, gute Redner, die schaffen es ja, dass die sich an so ein kleines Puls stellen, haben so ein kleines Zettelchen dabei und dann reden die eine halbe Stunde oder eine Stunde über etwas und brauchen keine Folien dazu, weil die gut reden können, weil die irgendwie im Thema bleiben, weil die gut auf Leute eingehen können. Und die haben das nicht nötig, dass man dafür Folien braucht. Andererseits sind Folien oft besser, denn ich kann, wenn ich eine Folie habe, mich auf etwas beziehen, ich kann etwas zeigen. Und oft ist es ja nun mal so, dass ich etwas besser zeigen kann, als dass ich darüber reden kann. Also wenn ich irgendwie ein Gegenstand habe oder ein Programm oder was auch immer oder eine Formel, über die ich reden möchte, da möchte ich die eigentlich auch zeigen können. Und der Zuhörer hat etwas, worauf er sich beziehen kann. Er bleibt also nicht so im Nichts. Stellt euch mal vor, ist natürlich noch nie vorgekommen, völlig unerhört, dass man irgendwie während eines Vortrags von jemandem mal kurzzeitig nicht ganz bei der Sache ist, vielleicht sogar ein bisschen wegdöst. Und dann kommt man wieder rein, also man merkt, huch, was ist denn jetzt passiert? Und dann hat einer nur geredet, dann ist es ein bisschen schwierig, da wieder reinzufinden, weil derjenige redet in einem Redefluss, und wie komme ich da wieder zurück? Wenn ich eine Folie habe, dann kann ich mich auf etwas beziehen, auch als Zuhörer. Ich weiß, worum es gerade geht und die Dinge verschwinden nicht einfach wieder. Das heißt, es hat gute Gründe, Folien zu haben. Und es gilt jetzt, einen Kompromiss zu finden. Also ich sollte nicht Folien haben, wo ich dann auf den Gedanken komme, ich bin total unflexibel, ich kann mich überhaupt nicht anpassen und ich muss sie ablesen. Ich sollte aber durchaus Folien haben, damit ich etwas haben kann, über das ich reden kann, auf das ich mich beziehen kann und worauf die Zuhörerschaft sich auch beziehen kann. So, wie kommen wir denn da jetzt irgendwie zu einem gewissen Kompromiss? Da möchte ich euch ein paar Tipps geben. Was sollte auf Folien unbedingt zu finden sein? Wenn ihr eine Hypothese habt oder eine Frage habt oder einen Ansatz, manchmal ist es ja auch nur ein Ansatz, da sagt man dann, ich betrachte das mit dieser Brille auf, mit dem Ansatz, dann ist es eine gute Gedächtnisentlastung für die Zuhörer, dass man diese Hypothese, Frage oder Grundannahme oder wie man es nennen möchte, dass man die hinschreibt, denn die Zuhörerschaft kennt die ja noch nicht. Ihr kennt die, ihr habt euch die ganze Zeit in eurer Arbeit damit beschäftigt, aber die Zuhörer kennen das ja gar nicht. Das heißt, das hinzuschreiben und das auch öfter mal wieder zu zeigen vor allem, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Beispiele, auf Beispiele, auf die man sich bezieht oder Resultate, die man erzielt hat, also das Ergebnis, das sollte man auf jeden Fall mal auf eine Folie schreiben, denn das ist auch wieder was, was man erstmal gut zeigen kann, wo man sich gut darauf beziehen kann als Vortragende und Vortragender, aber auch die Zuhörerschaft hat dann einen guten Bezug. Wenn ihr Definitionen habt, Charakterisierung, da habe ich vorher mal gesagt, sollten wir vielleicht haben, aber vielleicht will man ja was definieren oder charakterisieren und die Zuhörerschaft, die kennt das ja nicht dauerhaft, ihr erzählt das ja das erste Mal, dann ist es eigentlich eine gute Idee, die auch mal anzuzeigen. Und generell da auch wieder der Tipp, ruhig immer mal wieder, denn wenn man das nur einmal zeigt, dann setzt sich das nicht so richtig fest. Ihr kennt vielleicht das Phänomen, gerade in der Theorievorlesung, da wird am Anfang was definiert und das wird in der ganzen Vorlesung immer wieder gebraucht, aber wenn man diese Definition nicht immer mal wieder sieht, dann ist es schwer, sich darauf zurückzubeziehen. Das heißt, gerade bei Folien ist es durchaus okay, die gleichen Dinge mehrfach zu zeigen, immer wieder. Beim Text macht man das üblicherweise nicht, da mag es mal Ausnahmen geben, aber dann macht man das nicht, aber im Text kann man ja auch blättern. Folien, die werden ja in einem Strom erzählt und da ist es ganz gut, wenn man immer wieder auf Dinge zurückkommt und die Dinge auch öfter mal anspricht. Natürlich nicht zu oft, man muss ja aufpassen, dass man mit der Zeit hinkommt. Zeit ist sowieso ein gutes Stichwort. Was ihr auf jeden Fall vermeiden müsst, ist alles, was ihr wisst und alles, was ihr vielleicht in eurer Ausarbeitung unterbringen wollt, in einer Folienpräsentation auch zu zeigen. Das schafft man nicht, das geht nicht. Also eine Ausarbeitung und euer Wissen, das ist natürlich größer als das, was ihr in einer Folienpräsentation zeigen könnt. Das heißt, in der Folienpräsentation müsst ihr euch auf das Wichtige beschränken und im Zweifelsfall bringt ihr dieses Wichtige eher noch ein paar Mal an, als dass ihr versucht, alle Inhalte unterzubringen in diesem Folienvortrag. Wenn ihr euch entschließt, Folien so zu machen, wie ihr das wahrscheinlich aus der Uni alle kennt, wo einfach alles auf den Folien draufsteht, dann müsst ihr euch zusammenreißen und euch dazu bringen, dass ihr nicht den Inhalt der Folien einfach nur vorliest. Das ist eine wirklich große Gefahr, dass man die Folie abliest, dass man einfach der Reihenfolge nach abliest. Wenn da die Gefahr besteht, dann lasst die Folien besser weg. Man kann sich da mit Patricks behelfen. Man kann innerhalb des Folienvortrags eine leere Folie unterbringen, eine schwarze oder eine weiße, und kann dann einfach weitersprechen. Man könnte auch die Bildschirmteilung ausschalten, wobei das oft keine gute Idee ist, weil dann gehen die Beamer aus, dann muss man sie wieder ankriegen. Das bringt einen meistens raus. Aber so eine schwarze oder weiße Folie, das ist oft eine gute Idee, die man machen kann oder der man folgen kann, wenn man an irgendeiner Stelle nicht möchte, dass man die Folie abliest. Dann nimmt man sie sich einfach selber weg. Besser wäre, meiner Meinung nach, nicht eine leere Folie zu zeigen, sondern auf der Folie etwas zu zeigen, über das ihr sprecht, was aber nicht das ist, was ihr ablest. Also zum Beispiel ein Beispiel, ein Bild, eine Definition. In ganz seltenen Fällen Definitionen werden manchmal auch vorgelesen, aber danach ja nicht mehr. Also dann lasst ihr das einfach stehen. Lasst für die Zuhörerschaft etwas stehen, worauf die Leute, die da sitzen, sich beziehen können. Das ist eigentlich die bessere Variante. Wenn ihr das jetzt halt so machen wollt, dass ihr gerne Folien hättet, auf der auch die Argumentation steht, weil ihr die vielleicht hinterher gerne weitergeben wolltet und man soll die auch dann verstehen und lesen können, dann kann man sich mit dem Trick behelfen, dass man die dahinter setzt. Das heißt, man hat eine bestimmte Folie, die man zeigt und über die man spricht. Und dann hat man kurz nochmal die Folie mit der ganzen Argumentation. Die überspringt man aber im Prinzip direkt. Aber in einer gedruckten Variante wäre die dann ja drin. Das ist eine Variante, die man machen kann. Die schwierigere Variante, das ist die Variante, die ich hier die ganze Zeit mache, ist, ich habe diese Sachen auf der Folie stehen, aber ich lese sie nicht ab. Ich rede drüber. Ich rede manchmal auch ein bisschen was anderes, erzähle die Sachen manchmal ein bisschen in einer anderen Reihenfolge und gehe drüber hinaus, was da genau steht. Aber die Sachen sind mir die ganze Zeit vor der Nase. Das ist gefährlicher. Hat aber manchmal den Vorteil, dass, falls man sich mal verlieren sollte im Vortrag, das kann ja passieren, dass man im Vortrag sich mal verhaspelt. Das passiert eigentlich jedem. Dann hilft einem natürlich eine Folie, auf der was draufsteht, in seine eigene Argumentation wieder hineinzukommen. Das kann also auch hilfreich sein. Müsst ihr ein bisschen selber ausprobieren. Es ist eine Sache der Erfahrung. Und es wird euch keiner einen Strick daraus drehen, dass ihr das am Anfang vielleicht ein bisschen hölzer macht oder vielleicht mal ein bisschen zu viel ablest. Aber es ist etwas, wo man seinen Stil entwickeln kann und wo man von dem Ablesen der Folien unbedingt wegkommen sollte. Ihr sollt also die Folien nicht vorlesen. Ihr müsst also wissen, was ihr sagen wollt, wenn ihr die Folien nicht vorlesen wollt. Was man auch vermeiden sollte, zumindest in einem gewissen Grad, sind Animationen. Ihr werdet sehen, dass ich auch in diesen Foliensätzen Animationen habe, dass ich manchmal etwas erscheinen lasse. Aber man sollte die Animationen nur sinnvoll einsetzen. Das heißt, nur dann, wenn es zum Inhalt passt. Wenn also etwas nicht sofort zu sehen sein soll, dann kann man natürlich eine Animation machen. Wenn sich etwas aufbauen soll, ich will den Aufbau erklären oder so, dann mache ich eine Animation. Aber nicht immer. Und schon gar nicht Bullet Point für Bullet Point. Weil dann seid ihr nur noch am Klicken und dann könnt ihr fast nur noch ablesen. Wenn ihr Bullet Point für Bullet Point erscheinen lasst, was sollt ihr denn dann anders machen, als der Reihenfolge ganz strikt zu folgen und das abzulesen. Das geht ja gar nicht anders mehr. Das heißt, das braucht ihr nicht. Und ihr braucht auch nicht unbedingt darauf zu achten, sagen wir mal, gut, wenn ihr jetzt einen Witz erzählen wollt, das macht man aber eh nicht in der wissenschaftlichen Arbeit, aber wir erzählen jetzt auch keine Geschichte, wo man am Ende wissen muss, wer der Mörder ist. Das heißt, man kann durchaus eine Folie so schreiben, dass etwas, auf das man erst später hinaus will, dass das schon zu sehen ist. Das habe ich ja hier jetzt auch. Ihr könntet ja jetzt auch hier unten schon auf der Folie lesen. Ja und? Macht ja nichts. Ihr seid ja erwachsene Leute, ihr könnt doch auf der Folie lesen, was ihr wollt. Und könnt dann wieder zurückkommen zu dem, was ich so sagen möchte. Das heißt, Animationen nur einsetzen, wenn sie den Inhalt auch unterstützen. Sonst bitte nicht. Was ich auch nicht mag, und da weiß ich, da bin ich durchaus anderer Meinung als andere Leute, das heißt also da auch bitte mal nachfragen, sind alle Folien ohne eigentlichen Inhalt. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ganz prominent sind diese Folien am Ende, wo dann steht, vielen Dank oder Fragen. Ich habe letztens einen Foliensatz gefunden, da stand auf der letzten Folie nur Ende drauf. Das finde ich ja noch fast unhöflich irgendwie. Also vielen Dank und Fragen ist zumindest mal eine höfliche Angelegenheit. Aber letztendlich verschenkt man dann ja das Potenzial, dass man ja auch was zeigen könnte. Das heißt, es ergibt meiner Meinung nach Sinn, wenn man in eine Diskussion einsteigen will. Und so ist das ja immer ausgelegt. Sowohl im Seminar als auch in Bachelor- und Masterarbeiten diskutiert man ja im Nachhinein über Arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass man dann einfach geht, sondern dann schließt sich ja eine Diskussion an. Und die Diskussion, die muss sich ja auch auf etwas beziehen. Daher bietet es sich an, das Wichtigste vielleicht nochmal auf der letzten Folie zu zeigen. Manchmal ist das nur Collage von den letzten vier Folien. Nicht den letzten vier, sondern den besten vier Folien, den wichtigsten vier Folien. Das kann man machen, dass man da sowas anzeigt. Aber nicht irgendwie einfach nur vielen Dank oder Fragen. Das finde ich also bedauerlich. Was man auch weglassen kann, ist eine Übersicht am Anfang. Das machen viele Leute, dass sie am Anfang sagen, so, ich erzähle euch jetzt mal, wie ich vorgehen möchte. Die Idee ist gut. Und im geschriebenen Text macht man auch genau das. Und man sollte auch durchaus irgendwie ein bisschen sagen, was man macht. Aber sagen wir uns dann, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, hat eigentlich nie wirklich einen großen Vorteil. Denn wenn es ganz generisch ist, ich fange mit dem Anfang an und dann habe ich ein Mittelteil und am Ende habe ich ein Ende, dann sagt es nichts, dann kann man es weglassen. Es ist einfach verschenkte Zeit. Und wenn es konkreter ist, dann ist es meistens so konkret, dass die Zuhörerschaft das noch nicht verstehen kann, weil sie ja noch nicht im Thema ist. Das heißt, ich brauche keine Folie am Anfang, wo ich den Ablauf sehe. Tipp ist da vielleicht, wenn man den Ablauf irgendwo auf der Folie doch anzeigt, also ich bin jetzt da, also dass man das zeigt und dann auch dem Zuhörer oder der Zuhörerin irgendwie einen Hinweis darauf gibt, wie weit bin ich eigentlich und was kommt da noch. Das ist eine gute Idee. Aber man muss es ja nicht ansprechen. Man kann das ja einfach nur so mitlaufen lassen und auf der Folie zeigen, ohne explizit darüber zu reden. Man verschenkt sonst einfach nur Zeit, die man an anderer Stelle für andere Dinge wirklich besser brauchen könnte. Was bei Vorträgen extrem wichtig ist, ist, dass man die Motivation seines Vortrags erzählt. Das kann man zum Beispiel, wenn man Folien verwendet, auf der Titelfolie schon machen, dass man ein bisschen was erzählt, zum Beispiel sagt man mal erzählt, wer man eigentlich ist. Das brauchen wir jetzt in Seminaren und Pro-Seminaren nicht, denn wir haben ja schon die ganze Zeit miteinander zusammengesessen und gearbeitet. Aber wenn ihr zum Beispiel einen wissenschaftlichen Vortrag haltet, dann erzählt ihr natürlich am Anfang einmal, wer ihr seid, von welcher Universität ihr kommt. Da braucht man jetzt nicht viel zu verlieren. Aber, dass man sagt, worüber sprecht ihr eigentlich? Warum ist das ein interessantes Thema und wie seid ihr das Thema angegangen? Das ist die Motivation zu der Arbeit. Das gehört in jeden Vortrag hinein und ist meiner Meinung nach sogar fast das Wichtigste im ganzen Vortrag. Denn wenn man einfach so hineinspringt, wenn jemand einfach mit irgendeinem Inhalt anfängt, das ist ja total irritierend. Man weiß gar nicht, wo will der hin? Was will der mir eigentlich sagen? Was redet der da? Sondern gebt an, was ist das eigentliche Thema? Warum ist das Thema interessant? Wie wollte das Thema eigentlich jetzt angehen? Das kann man auch durchaus auf ein paar Folien machen. Muss nicht ein paar sein, kann auch eine sein. Aber auf jeden Fall muss es vorkommen. Man kann es auch auf die Titelseite sprechen. Ich mache das hier bei diesen Videos zum Beispiel. Ich gebe auf der Titelfolie immer so ein bisschen schon an, wo kommen wir her, wo gehen wir eigentlich hin? Das ist wichtig, dass man das macht. Sonst ist es irritierend für jeden Zuhörer. Das andere habe ich schon gesagt. Wiederholt gerne Dinge. Vor allen Dingen Konzepte, Definitionen, Thesen. Wiederholt diese Dinge, denn wir können nicht blättern. Wir hören den Strom, wir sehen den Strom eines Vortrags und man vergisst Dinge oder hat es nicht mehr genau im Kopf. Deswegen kann man so zentrale Dinge durchaus wiederholen. Eine Folie mehrfach zu zeigen, ist überhaupt nicht schlimm. Man kann auch zum Beispiel eine Folie mehrfach zeigen und baut die immer weiter auf oder baut dann mal was dazu. Macht Zusammenfassungen. Vor allen Dingen am Ende. Am Ende des ganzen Vortrags bietet es sich an, dass man nochmal einmal so zusammenfasst, was ist jetzt passiert und was sind denn die Ergebnisse gewesen. Von wegen, ich habe mich damit beschäftigt, dabei ist diese Frage aufgekommen, das Ergebnis. Das hilft dem Zuhörer oder der Zuhörerin nochmal genau, das sich nochmal vor Augen zu führen. Denn man kann schnell Dinge wieder aus den Augen verlieren und man hat dann auch einen guten Einstieg in eine Diskussion, die dann am Ende kommt. Und eine Zusammenfassung ist immer, meiner Meinung nach, immer wertvoller als ein Ausblick. Am Anfang kann man noch nicht wissen, was das heißt. Wenn man das am Ende erzählt, dann kann man den Bogen des Ganzen, den Zusammenhang des Ganzen nochmal sehr gut nachvollziehen. So, wie ist eigentlich die Struktur? Das ist jetzt eine Frage, die kommt immer. Wie strukturiere ich das eigentlich? Und ich mache hier mal an dieser Stelle eine kurze Vorschau auf darauf, wie man eine Arbeit schreibt. Das kriegen wir im nächsten Video nochmal, diese Folie. Und da seht ihr so eine Reihenfolge, die ich empfehlen würde für wissenschaftliche Arbeiten in Pro-Seminaren und Seminaren bei mir. Manche haben andere Vorgaben. Links zum Beispiel von der Fachgruppe Bodden. die haben einen durchaus etwas komplexeren Ablauf hier als Vorgaberichtlinie für die Studierenden, sich daran zu halten. Und in etwa in dieser Art und Weise kann man auch eine Präsentation machen. Das fängt nicht ganz überraschend mit einer Einleitung an und hört mit einer Zusammenfassung auf. Aber der Bereich dazwischen, dass man so am Anfang das Problem beschreibt, dann den eigenen Ansatz, dann wie man da weitergekommen ist, also wie eigentlich die eigentliche Argumentation ist. Am Ende kritisiert man sich so ein bisschen selber und sagt, wie könnte es weitergehen. Das ist eine ganz gute Reihenfolge. Das ist auch eine ganz logische Reihenfolge dafür, wenn man etwas erzählen will, was man ausgearbeitet hat. Das heißt, die Reihenfolge der Dinge in der Ausarbeitung und die Reihenfolge der Dinge in der Präsentation, die können gleich sein. Was natürlich nicht heißt, dass ihr alle Dinge erzählen sollt. Das habe ich ja schon mal gesagt. Erzählt nicht alles, was in der Ausarbeitung vorkommt, auch in der Präsentation. Auf gar keinen Fall. Aber die grundsätzliche Struktur, die Reihenfolge, die kann schon sehr ähnlich sein. Schwierige Sache bei Vorträgen, Zeitmanagement. Ich habe jetzt hier das Glück mit so einem Video. Ich kann einfach so lange reden, wie ich möchte. Schön. Also wann ist man in der Situation schon mal? Sehr selten. Denn man hat ja Zeitvorgaben für eine Präsentation. Auftagungen sind das oft 20 Minuten. Auch Doktorarbeiten werden in 20 Minuten präsentiert. Da hat man jahrelang dran gearbeitet und dann muss man das in 20 Minuten erzählen. Das ist durchaus eine Herausforderung. Und man kann dann versuchen, das so sehr auswendig zu lernen, dass man genau nach diesen 20 Minuten auch fertig ist. Das kann klappen. Das ist aber nicht sinnvoll. Und das klappt auch eigentlich nur bei Leuten, die das sehr gewohnt sind. Denn wenn man einen Vortrag hält, dann ist die Zeit oft anders. Also wenn man vor Leuten steht. Entweder man ist ein bisschen aufgeregt und redet vielleicht ein bisschen schneller oder lässt vielleicht Dinge weg, die man sonst so noch zusätzlich erzählt hätte. Oder aber man gerät ein bisschen mehr ins Plaudern, als man das sonst hätte. Beides gibt es. Das heißt, dass man genau auf eine Minute, genau auf eine Sekunde oder so hinaus einen Vortrag timet, das halte ich für sehr, sehr schwierig und nicht sehr sinnvoll. Dann hat man jedenfalls so auswendig gelernt, dass man eigentlich auch ein Video machen könnte. Das heißt, man muss ein bisschen dynamisch vorgehen. Das heißt, man braucht irgendwie eine Uhr im Vortrag am besten, dass man irgendwo eine Zeit laufen hat und dass man sich ein bisschen dynamisch anpassen kann, den Vortrag dynamisch anpassen kann. Was passiert? Also es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man hat zu viel Zeit oder zu wenig Zeit. Also entweder man stellt fest, oh je, ich habe ja noch richtig viel zu erzählen, aber die Zeit, die ist fast vorbei. Wenn das der Fall ist und man merkt das, oft ist es so, dass einem das auch angezeigt wird bei wissenschaftlichen Vorträgen, wenn man noch bestimmte Minutenanzahl hat, dann sollte man auf keinen Fall auf den Gedanken kommen und sagen, ich erstehe mal ganz schnell alles und gehe ganz schnell durch alle Folien. Sondern was man dann machen sollte, ist, man setzt Prioritäten. Man erzählt, auch das hier, das hätte ich Ihnen jetzt noch gerne erzählt oder euch, je nachdem, ob die Leute duzt oder siehst, das hätte ich Ihnen jetzt gerne erzählt, aber die Zeit reicht mir dafür nicht. Dafür stehe ich zu Fragen gerne hinterher zur Verfügung. Aber das ist nochmal wichtig, da erzähle ich nochmal was zu. Das heißt, weist darauf hin einfach, naja, die Zeit ist mir davon gelaufen, aber das und das, das ist noch besonders wichtig, das möchte ich Ihnen doch gerne mitgeben. Da haben Leute Verständnis für, denn das Phänomen kennt auch jeder. Das gegenteilige Phänomen, dass ihr zu viel Zeit habt, das kann man sehr geschickt lösen, und zwar auf eine Art und Weise, die meistens die Leute gar nicht bemerken, indem man einfach zusätzliche Folien noch vorhält. Das heißt, man denkt sich vorher aus, falls ich zu viel Zeit haben sollte, dann spreche ich auch noch hier und hier drüber, und dann macht man sich einfach zusätzliche Folien, und die Folien, die setzt man ans Ende, also eigentlich hinter die letzte Folie, da setzt man einfach weitere Folien dahinter, und die zeigt man dann, für den Fall, dass man merkt, man hat noch Zeit, und dann kann man zum Beispiel ein weiteres Beispiel besprechen, oder einen weiteren Aspekt, den man vielleicht sonst weggelassen hätte. Tipp dabei, ganz wichtiger, eigentlich ist es eine Kleinigkeit, weiß aber kaum jemand, ein Tipp zur Bedienung von Präsentationssoftware. Also ich denke jetzt an sowas wie PowerPoint, oder Apples Keynote, oder die Präsentations-App aus OpenOffice und LibreOffice, das sind da alle gleich in der Beziehung. Wenn man einen Folienvortrag macht, und möchte eine Folie nochmal anspringen, dann sieht man immer die Leute, wie sie dann klicken, klick, 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 also hier so, und dann da, ach die, nein doch, diese da, aha, und dann muss man im Zweifelsfall sich die ganzen Argumentationsschritte oder sowas nochmal angucken. Das muss nicht sein, denn man kann eine Folie anspringen, einfach indem man ihre Foliennummer angibt. Dies ist Folie 27, das merke ich mir mal, ich springe mal gerade zur Folie 5, das kann ich ganz einfach machen, indem ich 5 eingebe und Enter drücke und schon bin ich bei 5. So, da wollte ich jetzt aber gar nicht hin, ich war bei Folie 27, Enter. Das kann man sich nutzen, indem man sich zum Beispiel eine kleine Notiz drauf macht, irgendwo auf der Folie, wo man diese Nummer vielleicht hinschreibt, falls man da noch Zeit hat, oder sich ein kleines Zettelchen mit dazu nimmt, wo man draufschreibt, was eigentlich auf welcher Folie ist, und dann kann man durch das Eingeben der Nummern schnell irgendwo hinspringen und wieder zurückspringen, das fällt gar nicht weiter auf, weit im Foliendurchlauf, wo man eigentlich so gewesen ist, dass man da noch was eingeschoben hat. Da muss ja jemand schon sehr, sehr drauf achten. Und so kriegt man das dann hin, dass man doch hinterher passend ankommt, wenn man das macht. Eine Frage, die grundsätzlich immer kommt, wenn es um Folien geht, ist die Frage nach Folienvorlagen. Ich selber gebe keine Folienvorlagen heraus. Andere Lehrstühle mögen eigene Folienvorlagen haben und die stellen die euch dann bestimmt auch gerne zur Verfügung. Aber Folienvorlagen sind eigentlich nicht wirklich wichtig. Denn, ja, was die, also wenn ihr jetzt eine öffentliche Präsentation halten würdet, ihr seid offiziell für eine Firma tätig oder offiziell für die Universität Paderborn, dann ist es natürlich irgendwie sinnvoll, dass ihr dann auch in einem gewissen Corporate Design oder so auftretet. Aber wenn ihr einfach nur eine Präsentation haltet zu eurem Seminarthema, das vertritt ja eigentlich euch und nicht die Universität. Deswegen ist mir die Folienvorlage da eigentlich egal. Wichtig ist, dass die Vorlagen gut lesbar sind und dass man damit gut zurechtkommt. Die mitgelieferten Vorlagen, die sind in der Regel völlig in Ordnung. Also verwendet gerne einfach Folienvorlagen, die ihr habt und die ihr gut findet. Ihr braucht nicht irgendwie unbedingt eine gewisse Vorlage zu benutzen. Worauf ich Wert lege bei Folienvorlagen ist, dass es einen Titel der Präsentation gibt, den man irgendwo sieht. Da sieht man jetzt hier unten steht wissenschaftliches Arbeiten und sehr gerne auch euren Namen. Das ist vor allen Dingen bei wissenschaftlichen Konferenzen wichtig, denn manchmal weiß man gar nicht mehr, wer spricht da, wo bin ich im Programm. Aber auch in dem Pro-Seminar und dem Seminar schadet das ja nicht, wenn man das mit unterbringt. Und was ich wichtig finde, sind Foliennummern. Ihr habt eben gesehen, ich konnte gucken, welche Folie bin ich, da konnte ich die Folie wieder anspringen. Und das ist sehr hilfreich, auch für die Zuhörerschaft, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich Notizen machen und können sich auf den Notizen dann die Foliennummern dazu schreiben. Und man kann hinterher sagen, zeig doch nochmal Foliennummer 7. Aha. Und da reden wir da gerade nochmal drüber. Das geht aber natürlich nur, wenn ich Foliennummern habe und dem Zuschauer oder der Zuschauerin diese Foliennummer auch mitteile. Also Foliennummern sind ein wichtiges Element. So, kommen wir mal weg wieder von dem Artefakt der Folie zu dem, was derjenige erzählt, wie gesprochen wird, wie der Vortrag an sich ist. Naja, das ist natürlich auch wieder etwas, was sehr viel mit Erfahrung zu tun hat und man merkt schnell Leuten an, dass sie entweder natürliches Talent dafür haben oder auch gerade nicht oder auch sehr viel Erfahrung haben damit oder auch das gerade nicht. Das heißt, einigermaßen locker zu sprechen und nicht sehr steif zu sprechen, ist etwas, was man sich mit der Zeit angewöhnen kann. Wenn ihr das das erste Mal macht oder so, dann ist es verständlich, dann seid ihr wahrscheinlich sehr aufgeregt. Aber dann kann es passieren, dass man dann in, naja, Eigenschaften verfällt, die ein bisschen schwierig sind, also dass man anfängt, die Folien vorzulesen oder sowas. Die Aufregung kennt jeder, das hat jeder schon mal erlebt. Also seid da nicht zu kritisch mit euch selbst. Es ist eine Erfahrungssache. Man sollte nicht zu theoretisch sein in einem Vortrag. Ein Vortrag sollte sich eher an Beispielen orientieren, als an den theoretischen Argumentationszusammenhängen. Und hier rede ich jetzt für meinen Bereich. Also ich kann mir vorstellen, derjenige, der sich jetzt hier gerade anguckt, aus der theoretischen Informatik, der steht da und schäumt. Für den Bereich, für den ich jetzt hier sprechen würde, ist es so eher am Beispiel, eher am Artefakt etwas zu zeigen, anstatt einfach nur Eigenschaften zum Beispiel aufzuzählen von etwas. Unterhaltend sein ist eine gute Angelegenheit. Das heißt, man sollte zu allen Leuten sprechen, die da sind. Und nicht nur zu demjenigen, der da gerade hinterher die Note gibt, also zum Moderator zweifelsfalle oder bei mir zum Betreuer des Ganzen, das kann auch unglaublich irritierend für denjenigen sein. Also wenn man die ganze Zeit so angestarrt wird, also man sitzt da und dann guckt einen einer die ganze Zeit so an, aber redet ja eigentlich für alle. Das sollte man hinbekommen. Redet laut und deutlich, je nach Raumgröße, schreit also nicht die Leute an in kleinen Räumen und flüstert nicht in riesigen Sälen, sondern redet so laut und deutlich, wie der Raum das verlangt. In großen Räumen gibt es meistens Mikrofone. Redet natürlich in einer Sprache, die angemessen ist. Ihr braucht jetzt nicht einen ganz steifen wissenschaftlichen Stil zu haben, wie man ihn vielleicht in der Ausarbeitung ein bisschen hat. Man kann etwas lockerer sprechen in einem mündlichen Vortrag, aber es sollte schon nicht albern werden. Es sollte natürlich korrektes Deutsch oder korrektes Englisch sein, je nachdem, welche Sprache ihr den Vortrag haltet. Ihr solltet nicht unbedingt Jugendsprache verwenden. Das heißt, denkt ein bisschen an die Zuhörerschaft und verwendet da nicht unbedingt die neuesten Jugendwörter. Und naja, versucht ein bisschen unterhalten zu sein. Versucht nicht mega lustig zu werden. Das kann sehr in die Hose gehen. Wir kennen das alle, wenn Professoren versuchen, lustig zu sein, wie schwierig das ist, und wie peinlich das auch sein kann. Naja, es ist eine Abwägungssache. Also ich gebe mal ein Beispiel. Vor ein paar Jahren hat mal einer mir in einem Vortrag erzählt, das ist so einfach, das versteht jeder Depp, das ist zu flapsig. Andererseits hat mir jemand erzählt, die Zeit, als jeder Dulli eine Website hatte, das ist auch zu flapsig und zu sehr Jugendsprache. Also das nicht. Aber naja, man kriegt das schon hin. Also da findet man einen passenden Stil. Und sonst kriegt ihr die entsprechende Rückmeldung. Dazu kriegt man dann mit der Zeit hin. Wichtig ist, nach Vorträgen gibt es Feedback. Feedback ist für euch. Feedback ist eine Hilfe. Das Problem ist, und das kennen wir alle, das kennen wir schon aus Kinderzeiten. Also wenn wir irgendwo hingegangen sind und dann kamen die Eltern und haben uns irgendwas erzählt, haben uns irgendwas vorgeworfen. Ja, was macht man denn dann? Man geht in eine Abwehrhaltung. Das war ich nicht, das war jemand anders. Also irgendwie geht man in eine Abwehrhaltung. Versucht das zu vermeiden, denn das ist der falsche Ansatz. Es will euch keiner was, sondern es sind einfach zusätzliche Hinweise, zusätzliche Tipps, die ihr da bekommt. In dem Zusammenhang kann ich auch nur darauf hinweisen, wenn ihr im Seminar sitzt und da werden dann Fragen gestellt. Traut euch ruhig, denjenigen, der vorne steht, zu kritisieren für etwas oder irgendwelche kritischen Fragen zu stellen, auch wenn das ein Kommilitone von euch ist. Es ist ja nicht so, als würdet ihr da jetzt irgendwelche ganz neuen Dinge aufdecken, die ein Betreuer einer Arbeit nicht selbst bemerkt hätte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das der Fall ist. Aber ihr könnt demjenigen damit irgendwo nochmal einen Schritt weiterhelfen. Also macht das ruhig. Redet jemand natürlich nicht runter, sondern gibt konstruktive Kritik. Aber diese Kritik ist auch völlig in Ordnung und auch unter Studierenden völlig in Ordnung. Wenn ihr Kritik bekommt, empfiehlt es sich, das vielleicht aufzuschreiben, damit man da hinterher noch was draus machen kann. Bei meinen Seminaren ist es so, dass die Präsentation vor der Ausarbeitung kommt und die Ausarbeitung den größten Teil der Note ausmacht. Das heißt, die Präsentation mit der Kritik, die kommt, ist nochmal eine weitere Hilfe für die Ausarbeitung. Also sollte man das sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen und auf jeden Fall versuchen, nicht in den Defensivmodus zu gehen. Wenn irgendwas unklar geblieben ist oder man hat irgendwie eine Kritik dann doch nicht richtig verstanden und hat die vielleicht als zu harsch oder so empfunden, dann würde ich empfehlen, das dann erstmal dabei zu belassen und das hinterher zu klären. Nicht, dass man irgendwie ein großes Streitgespräch da vordringt. Darum geht es ja nicht. Wir wollen ja nicht miteinander streiten, sondern es geht ja um Unterstützung und um Hilfe an dieser Stelle. So, letzter Punkt, der immer wieder aufkommt. Wie ist es eigentlich mit Quellenangaben? Wir werden uns ja nächstes Mal sehr intensiv damit beschäftigen, wie man Quellenangaben in Ausarbeitung macht. Und wir haben im letzten Video ja schon gehört, dass man immer die Quellen angeben muss. Wie ist das in der Präsentation? Muss ich in der Präsentation auch immer die Quelle angeben? Und hier sehe ich das so, dass man in einer Präsentation, die die Präsentation zu einer Ausarbeitung ist, die Ausarbeitung gibt es ja auch, nicht so sehr Wert auf die Quellen legen muss. Insofern, dass man die Quellen nicht unbedingt alle nennen muss, sondern auch sagen kann, ich nenne nur die wichtigsten. Und nur dann, wenn man wirklich eine Quelle explizit heranzieht, die dann auch explizit zu nennen. Manchmal machen Leute das so, dass sie am Ende eine Folie haben mit den ganzen Quellen drauf. Das ist eine Folie, die guckt sich kein Mensch an während der Präsentation. Die kann aber trotzdem sinnvoll sein, für den Fall, dass man den Foliensatz hinterher weitergeben möchte. Ich würde es aber empfehlen, das nicht zu machen, sondern ich würde empfehlen, dass ihr auf den Seiten, wo ihr über etwas sprecht, wo ihr irgendwas referenziert, dass ihr da die Quellen einfach irgendwo in kleiner Schrift am Bildrand anbringt und dann aber nicht weiter ansprecht. Dann kann jeder, der das liest, währenddessen denken, ach guck mal, da habe ich ja die Quellenangabe, aber man muss jetzt nicht sich dadurch unterbrechen. Da hat man eigentlich auch nicht so richtig die Zeit. Das heißt, dass ihr mit Quellen arbeitet, dass das auf Quellen basiert, ist natürlich auch in der Präsentation wichtig. Aber ihr braucht nicht in der Präsentation die ganze Zeit auf den Quellen herumzureiten. Etwas anders ist das, falls ihr mal eine Präsentation halten solltet, wo es gar keine schriftliche Ausarbeitung zu gibt. Dann würde ich ein bisschen mehr auf die Quellen eingehen und auf jeden Fall jede Quelle auch erwähnen. Also nicht erwähnen im Sprachtext, sondern auf der Folie sollte dann jede Quelle auch tatsächlich vorkommen. Und dann macht man vielleicht auch wirklich am Ende eine Folie nochmal mit allen Quellen. Weil dann ist so ein bisschen der Foliensatz wie eigentlich die Ausarbeitung. Bei der Ausarbeitung sollten ja auch am Ende die Quellen alle genannt werden. Aber über die Ausarbeitung spreche ich jetzt nicht mehr. Sondern dafür müsst ihr euch das nächste Video anschauen.